Im Herzen der Stadt Linnig befindet sich das Deutsche Glasmalerei-Museum, das hierzulande bislang einzige seiner Art. In dem lichtdurchfluteten Gebäude einer ehemaligen Getreidemühle aus dem 17. Jahrhundert kommen die Exponate besonders gut zur Geltung. Über diese spezielle Kunstform können sich kleine und große Besucher in Führungen und Workshops informieren. Die Glasmalerei lebt von dem Licht, das ist ganz wichtig. Und dann wird das Ganze zusammengebaut, Stück für Stück, zählt immer diese Linie dazwischen, wie bei einem Puzzle. Das Museum stellt auf sieben Ebenen Werke der bedeutendsten Künstler der Glasmalerei aus. Hier kann man die historische Entwicklung dieser faszinierenden Kunst seit dem Ende des Mittelalters bis in die Gegenwart verfolgen. Neben der Dauerausstellung kann man immer wieder neue Exponate in wechselnden aktuellen Ausstellungen bewundern. In verschiedenen Workshops für Jung und Alt können Besucher sich dem Material Glas auf praktische Weise nähern. Das Deutsche Glasmalerei-Museum ist ein modernes Museum zum Anfassen. Hier gibt es etwas zu lernen und zu erleben. Und ganz nebenbei kann man sein eigenes Kunstwerk als Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen. Und ganz nebenbei kann man sein.